In diesem Video erkläre ich dir, wie man Gleichungen mit Klammern löst. Zuerst mache ich diese Beispielaufgabe hier mit dir, damit du sehen kannst, was wichtig ist und worauf du beim Lösen von Gleichungen mit Klammern achten musst. Und danach gibt es eine Gleichung mit Klammern als Übungsaufgabe für dich, damit du sehen kannst, ob du das Thema schon verstanden hast. Wie bei anderen Rechenaufgaben auch, gilt auch bei Gleichungen mit Klammern, dass man die Klammern zuerst auflöst. Dann werden die Terme, die links und rechts des Gleichheitszeichens entstehen, vereinfacht und anschließend wird die Gleichung wie gewohnt gelöst. Aber jetzt erstmal schön der Reihe nach. Ich schaue mir erst einmal den Rechenausdruck auf der linken Seite des Gleichheitszeichens an. Zwischen der 3 und der Klammer, da steht nichts. Das bedeutet, dass da eigentlich ein Malzeichen ist. In der Mathematik wird das aber oft weggelassen. Der Wert vor der Klammer wird mit jedem Wert in der Klammer mal genommen. 3 mal 5 gibt 15 und 3 mal die plus 2x gibt plus 6x. Beim Term auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens habe ich auch eine Klammer, aber vor dieser steht nur ein Minus. Ein solches Minus vor der Klammer bewirkt, dass sich alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen. Also aus 4x, was ja eigentlich plus 4x bedeutet, wird minus 4x und aus minus 19 wird plus 19. Jetzt habe ich bei meiner Gleichung alle Klammern aufgelöst und habe jetzt eine Gleichung ohne Klammern. Aber auf der rechten Seite, da kann ich noch etwas zusammenfassen. 16 plus 19 ergibt nämlich 35. Und jetzt habe ich eine Gleichung, die ich wie gewohnt lösen kann. Also alle x auf die linke Seite, alle normalen Zahlen auf die rechte Seite und dann noch geteilt rechnen. Um die Minus 4x auf die andere Seite zu bekommen, rechne ich auf beiden Seiten plus 4x. 6x plus 4x gibt 10x. Und damit die 15 von links nach rechts wandert, rechne ich auf beiden Seiten minus 15. 35 minus 15 gibt 20. Und jetzt weiß ich, dass 10x gleich 20 sind. Um jetzt aber zu wissen, wie groß ein x ist, teile ich durch die Zahl vor dem x. Rechne also auf beiden Seiten geteilt durch 10. So weiß ich, dass 1x gleich 20 geteilt durch 10, also 2 ist. Und schon ist die Gleichung gelöst. Mal schauen, ob du das auch kannst. Hier kommt eine Gleichung mit Klammern zur Übung für dich. Gehe zu deren Lösung genauso vor, wie ich es dir gezeigt habe. Während du die Übung machst, pausierst du bitte das Video und lässt es weiterlaufen, wenn du fertig bist. Denn dann kommt meine Lösung und du kannst diese mit deiner vergleichen. Viel Erfolg und bis gleich! Willkommen zurück! Na dann lass uns mal schauen, ob du erfolgreich warst. Auf der linken Seite habe ich wegen des Minus vor der Klammer die Vorzeichen in der Klammer umgedreht. So wurden aus Minus 23x Plus 23x und aus Plus 41 wurde Minus 41. Auf der rechten Seite habe ich ausmultipliziert. 7 mal 3x gibt 21x und 7 mal Minus 5 gibt Minus 35. Im nächsten Schritt habe ich dann auf der linken Seite noch zusammengefasst. 2 minus 41 gibt nämlich Minus 39. Als nächstes habe ich auf beiden Seiten Minus 21x gerechnet, wodurch die 21x von der rechten Seite verschwunden sind und auf der linken Seite blieben mir noch 2x. Und dann habe ich noch auf beiden Seiten die 39 addiert, wodurch die Minus 39 von der linken Seite verschwunden sind und mir auf der rechten Seite noch 4 blieben. Dann habe ich die Gleichung noch durch die 2 vor dem x geteilt und so für meine Gleichung die Lösung x gleich 2 erhalten. Ich hoffe, dass du das auch heraus hast und dass mein Video dir weitergeholfen hat. Ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Lösen von Gleichungen mit Klammern. Bis bald!